Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch den New Holland T4-115 vorstellen. Kostet 85.000. Der hat 115 PS, 85 kW. Der hat jetzt 40 PS mehr als wie der Standard. Und ist sehr gut für Feldarbeiten zu brauchen. Also er kann was ziehen. Und ja, schauen wir ihn mal an. Habe ich schon mal gekauft und vorbereitet. Und schauen wir von außen an. Die Reifen sind sehr gut gelungen. Er macht auch Spuren, wie man sieht. Hinten die Elektraulik. Ist auch echt nett. Front-Elektraulik hat er keine, aber man kann einen Frontlader montieren. Hier ein Umleuchter funktioniert auch mit Post. Linker links. Mit Numbers 1. Linker rechts mit Numbers 2. Der Tarot funktioniert auch. Drehzahlmesser. Aber nur eins finde ich schade bei dem. Vielleicht kommt das ja noch nach. Wie man sieht, also die Außenspiegel gehen nicht. Ich habe es probiert, versucht. Geht nicht. Das Arbeitslicht funktioniert auch. Also entweder mit F nochmal zuschalten, mit dem normalen oder Numbet 6. Wenn euch die Mod-Verstellung gefallen hat, also würden wir freuen, einen Kommentar oder Daumen nach oben. Also ich sage dann Servus. Grüßt euch. Euer Franz. Schließlichchn töten wir sessisch machen sure. Dann Acho von zwischen den nächsten Mal mit. Daniel